Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wanderlust Reloaded. Habe ich nicht voll die fancy Wand, hm? Fancy, 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 aha. Wir haben ja durch die Quest dieses Stained Clay-Zeugs gekriegt und naja, äh... Ich find's ganz witzig eigentlich, das könnten wir ja mal rundum so durchziehen, das ist so leicht, ähm, ne? Retro-Style, ich find's echt saulustig. Ähm, so. So, aber davon ab, ich wollte ja mit Bloodmagic anfangen und das können wir auch tun, denn ich habe gerade eben ein bisschen im Boden gegraben und fünf Diamanten gefunden. Musste einfach nur ein bisschen weitergraben in unserem komischen Tunnel da ganz unten. Kein Thema, kein Thema. Okay, so. Jetzt hab ich, ich hab noch ein bisschen LED gefunden gehabt. So, ich hab ja nochmal hier schnell reingeschmissen. Und dann fangen wir gleich mal an. Zack, zack. Wunderbar. Ähm, so. Ich brauche einen davon und was noch? Also. Hm. Alter, wo bist du? Ja, wo ist er denn? Ähm. Aha. Blattauper. Ofen, Gold und Stein. Oh Gott, hab ich Gold? Ja. Ofen, Gold und Stein. Okay, das kriegen wir hin. Ähm. Hab ich. Dements, äh. Cleanstone. Ja. Irgendwo. Andere lustige, fancy Dinger. Wir können gleich mal gucken, wie man die Stained-Dinger macht. Das wäre mal eine Idee. Ach ja, den Ofen haben wir ja auch nicht mehr. Aha. Hm. Ei, 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 hier ist was los. Schlimm, schlimm. So. Äh, Ofen. Erstmal halt schon. So, und eine Coca-Cola. Was ist das? Charcoal, Charcoal. Okay, das. Ja, das kann schon passieren. Naja, was soll's. Okay, das kann weg. Das auch. Äh, das kommt dahin, wo es hingehört. Das kann ich gerade nirgendwo hinzunehmen. Und dann, äh, Gott. Mein schöner Ofen. Darf ich jetzt mal stehen bleiben, bitte? So. Mann. Warte mal. Mistviecher. Ehrlich. Gesucks. Wie schaut's hier aus? Immer noch sehr mau. Ach ja. Da könnten wir uns ja mal demnächst drum kümmern. Um unsere Endo-Flames. Aber demnächst. Jetzt will ich jetzt mal Project Magic machen, hier. Nee. Noch einen. Glaube ich. Ja. So, Blut-Altar. So und so. Jepa. Okay. Ich glaube, als erstes... Kommt er hier, oder? Ja, doch. Dann brauch ich... Als erstes das Sacrificial Knife, oder? Gold, Eisen und Glas. Habe ich Glas? Ein bisschen. Einem Stone. Habe ich Sand. No Sand. Und es wird dunkel. Helling. So, dann machen wir eben ein bisschen Sand. Es wird dann auch langsam mal Zeit für, ähm, Maschinen. Zum Beispiel für Sand. Haha. Oh. So, was hat man hier noch rumfliegen am Sand? Ach, und die Fische wollen mich immer noch mal kümmern. Haha. Bei Gelegenheit. Mh, Ananas. Ey. Ich lege. Sehr gut. Ist das der Sand? Teils? Teils. Ach so. So. Zack, zack. So, Clay. Ich wollte auch das zarten Clay irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, ob das gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Im Vanilla-Minecraft oder in Technik noch nie. Oh. Na, komm. So. Das ist Salz. Und das ist Clay. So. So viel davon. Luft holen nicht vergessen. Upp. Sehr schön. Ähm. Das reicht erst mal. Denke ich. Hopp, hopp, hopp. Äh. Ich wollte was trinken hier. Irgendwie trinken wir eine bessere Essenschwelle. Ähm. Algen. Okay. 13 Sand. Ist auch okay. Hui. 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 Reißen. Hui. So. Ja, das sieht mir ja inzwischen schneller, weil ich den Wegen... Ah, ne, bin ich nicht. Ach ja. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich habe Dinge vor. Ja. Irgendwann. Ähm. Glas. Genau. So. Dann noch ein Gold. Und ein Eisen. Für unser Neuf. Hm. Fleisch. Und gegrillte Pilze. Noam, noam. Wunderbar. Gibt ein Blick. So. Na komm, Glas. Mach hinne. Mach hinne, hinne, hinne. Schwupp. Eins noch. Zack. Prima. So. So. Sacrificial Knife. Sehr schön. Okay. Als erstes brauchen wir den kleinen Orb. Das ist nochmal ein Diamant. Ähm. L Diamantos. Wo seid ihr? Da. Und 2000 Lebenspunkte. Das Sitzstück können wir erst machen, wenn wir Leben, also wenn wir das Ding haben, oder? Wo ist es denn? Divination, da. Erst mit ein, mit, ach mit irgendeinem. Mit irgendeinem. Gut, dann mach ich mal noch mehr Glas. Falls ich kann. Fünf. Ach, hier. Na, komm. Vielen Dank. Äh, hier. Und ansonsten. Hier. Gut. Ähm, okay. Dafür müssen wir erstmal Lebenspunkte abzapfen. Ich weiß gar nicht, wie viel das immer ist. Ah. Dying. I'm dying. Oh. Jetzt mal regenerieren und nochmal eine Ladung da reintun. Ich hoffe, das wird reichen. Hoffe ich. Hm, hm, hm. Ah. Währenddessen kann ich ja mal kurz gucken, wie man das Stained-Gedönse macht. Stained Clay. Hand Clay. Clay Clay. Oh, KK. Dann machen wir das mal. Fünfzehn. Fünfzehn ist genau viel zu wenig. Finde ich gemein. Äh, nee, hier nicht. Nein. Clay Clay. Zack. Sechzehn. Die muss ich dann also durchbrennen. Gut. Weg damit und hin damit. Drei. Drei. Hier noch ein Charcoal-Coal. So. Ähm. Wie schaut's aus? Mit Regenerieren und so? Hm? Wie wär's mit uns? Hallo? Äh, wie sieht's eigentlich aus mit... Warte mal. Essen. Weil, ähm, wir regenerieren ja eigentlich fast nur mit den goldenen Knöchleins. Ein halbes. Auch halbes. Oh Gott. Ist ja... Ganz schön blöd. Es wird Zeit, dass wir ordentlich mal anfangen zu kochen hier. Aber hopplali hopp. Hm. Gut, Futter. So, wir haben... Hm. Watermelon. Jelly. Ich brauche Brot. Toast. Dann kann ich nämlich Sandwiches machen. So, das heißt, ähm, Wheat. Okay. Dann machen wir Brot. Und... Ja, 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 ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Ganz ruhig. Huh, 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 huh. Ist das weniger geworden? Ich glaube, ja. Puh. Meine Güte. Freunde der Sonne. Das ist, äh, feierlich hier. So, komm. Was tue ich denn dafür eigentlich rein? Äh, hier irgendwie so. Äh, mach erstmal das da. So, dann nochmal eine Runde durch. Aua, aua, aua. Uah. Rein damit. Au. Das tut doch weh. Hoffentlich reicht das. Oh Gott, hoffentlich reicht das. Na, komm. Regeneriere. Ich glaube, noch ein Herzchen brauch ich. Ich will es nicht hier drauf ankommen. Komm, Lasten, jetzt mach. Nein, die Güte, das dauert aber auch ewig, bis ich regeneriere. Einen gebe ich hier noch. Ching. Okay. So, wie schaut's aus? Stacked Clay. Yes. Sehr schön. Ah, da ist es. Gott sei Dank. Hallo. Ach Gott, ich muss ihn ja... Mäh. Au. An mich binden. Kannst du den Rest da wechseln? Neckeln. Oh Gott. Ahaha. So, da kommt mein Broad. Okay, okay. Mein Stained Clay. So, welche Farbe nehme ich jetzt erst? Weil ich brauche das ja das Ganze achtmal. Ähm, viermal. Ähm, äh, was habe ich denn in der Butanier-Kiste? Für Farben rumfliegen. Nehmen wir erst mal... Nehmen wir den jetzt zuerst. Brauche ich denn jetzt zuerst? Das helle. Das ist White Stained Clay und Light Grey Stained Clay. Uff. Okay, also. Nein. Ich habe, warum geht da? Light Grey zweimal. Einmal nur. Und Morita und Pest-Teil, habe ich da schon was? Habe ich. Wunderbar. Zack. Oh, mir sollte ich ja eigentlich hier rumfliegen haben. Rein theopraktisch. Zack. Und dann... Ähm... Habe ich alles so? Nein, nein, nein. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Du hast genug gefuttert. Wunderbar. Resten machen wir gleich. Erstmal hier noch eine Runde. So, zwei frei. Und nochmal. Zack, zack. Finde ich schon irgendwie eine lustige Idee. Und Light Grey. Auch eine sehr schöne Farbe. Irgendwie in dem Textile Pack. Ja, läuft. Ah, ich finde es cool. So. Blood Magic. Dann würde ich sagen... Gib mir das. Was Zeuget man eigentlich brauchen kann. Naja, egal. Ähm... Und eine Blank Slate brauche ich dafür. Wir kosten nie eigentlich. Blood Blut Blank Slate 1000 LP. Tja, wie viel ist denn da jetzt immer drin? Ist die Frage. Hm, hm, hm. Kann man das mal googeln? Ich glaube ja. Oder? Sacrificial Knife. Google? Hallo? Ei, ei, ei. Oh Gott. Da, da stürzt alles ab. Herr jemini. Ähm, Sacrificial Knife. He's the beast of the Vicky. Ist das hier irgendwo? Wie viel? Hm, 200 LP. Okay, das wäre ja super. Also, 2, 4, 6, 8, 10. Zack. Reicht hoffentlich. Wer nicht allzeit bereit. Hahaha. Wunderbar. Perfekt. Perfekt. Reicht also. Beauty. Also, Blank Slate, mein Orb und das Glas. Gebt mir meinen Divination Segel. Juhu. Okay. Dann brauche ich mehr Blank Slates. Und zwar für die normale Blutruhen. Brauche ich dafür schon den großen? Ja, ne? Dann brauche ich einen Goldblock. Oder? Der nächste ist der Apprentice. Ach, jaja. Ne, T2 kriege ich ja so nicht. Ne, 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 ne. Ach, mein Gott. Emerald. So was besitze ich nicht. Hab ich irgendwo ein Dorf eigentlich in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Ist okay, Karte. Ganz Dankeschön. Ich hoffe, ich hab irgendwo eins. Aber das alles in der nächsten Folge. Mal ein bisschen weiter mit Blood Magic. Und ich würde sagen, nehmlichen Auen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.